So, Kinder, ich hab Hunger. Geht's los. Mägt's euch allen oder braucht ihr noch was? Salz oder so? Kann ich noch ein paar Nudeln haben, bitte? Auf die Familie. Ja! Ich geh jetzt mal Kaffee kochen. Mama, ich bin ein Lattemachato. So, Schatz. Boah, ist das in meiner Aktion, Mann. Warte, warte. Hörst du das? Beziehungsweise man hört nix. Es ist so still. Also. Wer sind wir eigentlich? Ich bin die Katze. Und ich bin der Kodanis. Auf in eine neue Folge, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Ich muss sagen, die erste Folge, also es hat so einen Spaß gemacht. Ich war mega aufgeregt. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Heute ist die zweite Folge. Und heute ist ehrlich gesagt meine persönliche Lieblingsfolge, mein Lieblingsthema. Da könnte ich ja drei Tage am Stück labern. Ich bin froh, dass das Ganze begrenzt ist. Sonst würde ich echt mich zu Tode franzeln. Heute geht es um das Thema Schönheit. Also Schönheits-OPs, Aussehen, Body Positiv... Wie heißt das auf Englisch? Body Positivity. Ach du Scheiße. Das ist so ein richtiger Zungenbrecher. Body Positivity. Warte mal, ich muss das mal klatschen. Body Positivity. Yo, check it out. Body Posit... Scheiße. Hör auf jetzt. Warte mal, ich liebe den Sound. Das ist mein Sound. Hallo, herzlich willkommen bei der Katze... In Danielas Beauty Lounge. Uschis Liebestempel. Nee, warte. So reicht jetzt mit den Knöpfen. Warte, warte, warte. Herzlich willkommen zu Katze und... Cordalis. Guten Morgen, wo immer ihr seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ehrlich gesagt... Ich glaube, mir geht's so beschissen, wie ich aussehe. Ich habe nämlich heute Nacht um zwei wurde ich geweckt von einem weinenden Kind, das irgendwie Ohrenschmerzen hatte. Schatz, du warst und hast geschlafen. Nee, nee, ich habe nicht geschlafen. Ganz im Gegenteil. Ich war sogar schon vor dir wach, weil die Sophia mich natürlich auch als Ersten rausgeschmissen hat, weil die Arme Ohrenschmerzen hat. Jeder weiß, es gibt nichts Schlimmeres als ein krankes Kind daheim. Die hat Ohrenschmerzen. Man kann so wenig machen, außer ich habe ihr dann Kili-Kili gemacht am Ohr. Weißt du, mit den Nägeln so ein bisschen, so Kili-Kili, so gekrault. Dann ist ihr irgendwann eingeschlafen. Aber die Nacht war natürlich vorbei und habe ich mir morgens um vier einen Kaffee gemacht. Weil was machst du denn sonst? Du machst dir... Ich glaube, das können auch nur Eltern nachvollziehen, weil wenn das Kind krank ist, dann schläft man so schlecht und ich fühle mich auch richtig müde. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres. Ist einfach so. Naja, ich hoffe, euch geht's gut. Eure Kinder sind gesund, euer Kind. Aber bei Sophia ist jetzt auch wieder alles okay. Die hat dann gepennt und dann war auch wieder gut. Jetzt hat sie einen Kakao bekommen. Ich glaube, die hat 16 Stunden am Stück geschlafen jetzt, ne? Oh, das will ich einmal schaffen. So, ihr Lieben. Ich habe es dir ja schon gesagt. Heute geht es um das Thema Schönheit. Mein persönliches Lieblingsthema. Schönheits-OPs. Aussehen, Body-Positivity. Sag du das Wort. Body-Positivity. Hör auf mit dem Knopf. Dankeschön. Andy Oskar vor Best Aussprechen geht an Lukas Godales. Vielen Dank, vielen Dank. Also, genau. Und ich habe mich so gefreut auf dieses Thema und dass es direkt die zweite Folge ist. Hammer. Ich liebe es. Weil wer könnte besser darüber labern als ich? Und ich glaube, die meisten, die so ein bisschen mich verfolgt haben die letzten Jahre, wissen ja, dass ich daraus kein Geheimnis machen will und auch nicht kann. Und das, ja, ich finde, das sollte man auch nicht. Weil man sieht es ja doch immer irgendwie. Jetzt gerade, wenn man so die Möpsis macht, das sieht man ja doch immer, oder? Also, ich sehe das sofort. Ja, meine Meinung dazu ist, man sollte es ja eigentlich nicht sehen. Ich finde, okay, Brüste kann man nicht verbergen. Die sieht man. Kunst ist, wenn man nicht sieht, dass es Kunst ist. Wobei ich schon will, dass man sieht, dass es Kunst ist. Also, dafür lässt man es doch machen, oder? Du, keine Ahnung. Ich denke, dass die meisten versuchen wirklich, es so aussehen zu lassen, als wäre es Gott gegeben. Natürlich. Ja, aber das merkt man doch. So, die ganz starken Veränderungen, das erschreckt Leute, finde ich. Und mich natürlich auch. Wie finden Männer Silikonbrüste? Jetzt sprichst du mal für die Männerseite. Dann, losєggen, machen man doch,blocksz. Und wenn es nicht服从 diesen Veränderungen gibt, wäre es nichts mehr,